Echte Römer! Pfeift auf Cäsar! Es sind alle gekommen, um den großen Cäsar zu singen. Seinen Triumph zu feiern. Ja, was denn für ein Triumph? Es waren Männer hier. Sechs oder sieben, die ihr Gesicht verwahren vor einer. Auf Zeichen habe ich nie sehr viel gegeben. Jetzt macht sie mir Angst. Auf offener Straße hätte eine Löwin geworfen. Gräber hätten sich geöffnet und ihre Toten freigelegt. Und in den Wolken hätten wilde Flammenkrieger gekämpft. Aufs Kapitol sei Blut getropft. Was hast du vorzunehmen? 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 Dieser Dolch ist Bote eines neuen Tags. Wo seine Spitze hinweist, geht die Sonne auf. Und eine neue Zeit bricht ab. Und ein paar Stunden auf. Nach einem flaggen. Monat ist ein Sammelschiff. Was hat Deutschland schon bei dir? Ich hoffe, sieh. Ja. Ich hoffe, sieh. Tränen für seine Liebe, Freude für sein Glück, Ehre seiner Tafakai, aber den Tod für seine Macht dir. Wie oft erzählt es ein Theaterblut? Wir sind Geschichte. Er ist staunend. Durfte es auch geschehen, mit uns aufgrund zu getrieben werden als einer, denn die Blatt, die freie Heilung, Gott! Die Freiheit! 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 Freiheit, ja, Freiheit, so soll es sein. Cäsar ist tot. War das ein Sieg für Ron? Es ging nicht ab. Es war es ein bloßes Gewinn. Cäsar ist unser liebster Freund, aber was er macht... Cäsar ist tot. Alles in die Krägerin? Ja! Cäsar war ein Türen, Cäsar war ein Türen. Es ging nicht anders. Das ist nur wahr. Aber es kommt nur so gefährlich. Cäsar war ein Türen. Cäsar war ein Türen. Cäsar war ein Türen. Wir verloren die Demokratie an eine globale Regierung. We lost democracy to global leadership. Cäsar war ein Türen. Cäsar ist tot. Lothar! Ich folge dir, um, ich weiß nicht was, zu tun. Das Brot, das mich führt, ist das Reich. Ich wolge die Leute. Ja, denn ich ver FO с ihm schon gehört. Was? Du hast nicht sterbt. Ihr alle habt doch den Toten einst geliebt. Nicht ohne Grund. Und welcher Grund hält euch dann davon ab, mit mir um ihn zu trauern? Untertitelung des ZDF, 2020